Na alle zusammen, mich hier ist wieder Otschelaar und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Schleimigerritt und für dieses Achievement müssen wir alle Bosse in einem einzelnen Besuch im Seuchensturz auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, während der Effekt Seuchensturz aktiv ist. Ja, wie funktioniert das genau? Wir haben einen Effekt Seuchensturz und den brauchen wir beim Bosskill. Wichtig ist zu wissen, den Buff kriegen wir dadurch, dass wir in die Grütze am Rand reingehen. Die gibt es fast bei jedem Boss und hier ist es so, dass ihr 10 Stacks haben müsst und beim 10. Stack verwandelt ihr euch in diesen lustigen Schleim-Mob und habt dann auch den Effekt Seuchensturz. Während ihr hoch stackt, bekommt ihr jede Sekunde zwischen 5 und 10% eures maximalen Lebens an Damage. Das heißt, das ist einiges, was ihr drauf gedamaged bekommt, was auch weggehalten werden muss. Deswegen muss man sich überlegen, ob bei welchem Boss man vielleicht schon vor dem Bosskampf hoch stackt, bei welchem Bosskampf man im Bosskampf das macht, beziehungsweise ob das die Spieler gleichzeitig machen oder nacheinander, je nachdem, was euer Heiler wegheilen kann. Wichtig zu wissen ist, dass beim ersten und zweiten Boss jeweils noch ein anderes Achievement vorher machbar ist, wo ich euch ja auch schon in extra Videos gezeigt habe. Dementsprechend da vielleicht nochmal reinschauen, falls ihr die auch mitnehmen wollt. Die könnt ihr immer vorher machen, deswegen habe ich jetzt beim ersten und beim zweiten Bosses mit der Gruppe so gemacht, dass wir erst die anderen Achievement Sachen machen, dann quasi im Kampf nacheinander hoch stacken und dann dementsprechend die Bosse umhauen, wenn alle die Stacks haben. Hier beim dritten Boss haben wir so gemacht, wir haben vor dem Boss einfach hochgestackt, hat Tee gezündet, ihn einfach umgebrezelt. Wie gesagt, der Debuff, wenn ihr ihn mal drauf habt, hält zwei Minuten, das reicht mit einigermaßenem Gier locker, um einfach einen Boss wegzubrezeln. Das Ganze ist übrigens Personal Achievement und dementsprechend, wenn einer stirbt, kriegt er halt das Achievement nicht. So, hier beim letzten Boss wird es interessant. Ihr habt gesehen hier, wir haben da draußen in der Grütze im Vorraum hochgestackt, denn im Bossraum ist zwar auch diese Grütze, aber hier kann man nicht hochstacken, da kriegt man nämlich einen anderen Debuff. Das heißt, ihr müsst den Boss jetzt innerhalb von zwei Minuten runterspielen und jetzt denkt ihr, okay, ich habe gutes Gier, easy. Ihr habt aber sehr viele Intermissions, die einfach immer eine gleiche Zeit brauchen, dementsprechend müsst ihr sehr, sehr schnell hier sein bei den richtigen Phasen. Es wird relativ knapp, wir haben es zweimal versuchen müssen, weil beim ersten Mal das Ganze nicht funktioniert hat. Das heißt, ihr stellt euch zusammen draußen in die Grütze rein, guckt, dass ihr zeitgleich hochstackt, am besten dann irgendeinen Movement Speed Effekt, hier beim Dritt bietet es sich an, den Raw zum Beispiel zu ziehen, reinlaufen und dann dementsprechend den Boss so schnell wie möglich runterzuhauen. HT haben wir jetzt hier nach der ersten Intermission, oder nee, das war glaube ich die zweite Intermission, haben wir HT gezündet und den Boss einfach runtergehauen. Ihr seht, wir haben jetzt hier noch acht Sekunden am Ende übergehabt, war auf jeden Fall eine sehr, sehr enge Geschichte. Gut, das waren soweit die Sachen, die ich euch erzählen wollte. Wie gesagt, erster, zweiter Boss haben noch ein Extra-Retiefment, diese Sachen kann man da vormachen und dann dementsprechend am Ende das mit den Schleimen. Und das ist ein Personal Achievement, bei dem Run ist der Priester kurz bevor der zweite Boss gestorben ist, umgefallen, hat das Achievement dementsprechend nicht gekriegt. Ich habe es bekommen und die anderen aus der Gruppe dementsprechend auch. Also wenn ihr random unterwegs seid, müsst ihr halt gucken, dass ihr auf jeden Fall den Buffer am Ende habt. Gut, das war es soweit mit dem Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.